Moin liebe HSV Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abendbrot mit präsentiert von unserem Partner Pop Feinkost. Auch in der neuen Saison laden wir uns wieder in regelmäßigen Abständen Gäste ein, werden uns ein bisschen den Bauch vollschlagen und vor allem ganz viel über Fußball sprechen. Und der erste Gast der neuen Saison sitzt schon neben mir, das ist unser U21-Trainer Hannes Dreefs. Moin Hannes. Hallo Jude, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen hier in der Sendung und herzlich willkommen in dem Zusammenhang auch nochmal beim HSV. Seit etwa zweieinhalb Monaten bist du jetzt als U21-Trainer hier bei uns im Verein eingestellt. Wie hast du die Zeit erlebt? Wie hast du dich eingelebt? Ja, also der Beginn war noch etwas ruhiger, weil die Mannschaft noch im Urlaub war. Da konnte ich so ein bisschen die Geschäftsstelle kennen, dann die Leute hier am Campus, die super Mensa mit Ludwig und seinem Team kennengelernt und nach und nach war es dann so, dass dann Spieler auch dort waren und ich die Spieler kennengelernt habe. Ich fühle mich sehr wohl, bin sehr herzlich hier aufgenommen worden von den Leuten und muss einfach sagen, dass es super viel Spaß macht, mit diesem Team zu arbeiten. Du hast Verwandtschaft, hast Familie hier in Hamburg, lebst aber immer noch in Schleswig-Holstein. Heißt das Trainingspläne, taktische Überlegungen werden gerade viel im Auto, im Stau auf der Autobahn geschmiedet oder wie sieht dein Alltag so aus? Also wer die A7 kennt, weiß tatsächlich, dass es wirklich so Nadelöhr natürlich hier in Hamburg ist, aber bis jetzt läuft es so ganz gut. Die Ferienzeit hat mir auch ein bisschen die Karten gespielt, weil dann die Autobahn nicht ganz so voll war. Ne, alle taktischen Sachen werden im Team besprochen, mit meinem Trainerteam zusammen und das machen wir hier vor Ort. Aber sicherlich nutze ich schon die Autofahrt, um mal ein paar Sachen nachzudenken, gerade was so Spielergespräche betrifft, was Inhalte betrifft. Also da nutze ich die Fahrten schon, bin aber auch froh dann, wenn es nach Hause geht, ein paar Sachen dann noch hier lassen zu können, um einfach dann auch ein bisschen mit dem freien Kopf nach Hause zu kommen. Ja, Verwandtschaft, du hast es angesprochen, meine Großeltern sind gewürdige Hamburger, meine Mama ist in Hamburg geboren. Also von daher ist schon ein Bezug zur Stadt Hamburg vorhanden. Also fühlst du dich wohl? Absolut, absolut, ja. Du hast in deiner Trainerkarriere ja im Jugendbereich schon ganz verschiedene Mannschaften trainiert, warst auch schon im Seniorenbereich tätig, sowohl amateurseitig, als auch dann im Profibereich. Vielleicht kannst du die Zuschauer, die dich noch nicht so genau kennen, mal ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, dass du Trainer geworden bist und was für dich eigentlich die Faszination an diesem Beruf auch ausmacht. Ja, also der Einstieg, sag ich jetzt mal so, wie ich zum Trainerberuf gekommen bin, war eigentlich eher so, dass es so eine Lehrgang gab in Malente, damals in der Sportschule in Schleswig-Holstein, vom damaligen Verbandsportlehrer, habe ich mich angemeldet, habe gedacht, das könnte ganz interessanter, damals war ich 16, so das war der Einstieg, um die erste Lizenz zu machen, habe dann so nach und nach verschiedene Jugendmannschaften trainiert bei meinem Heimatverein, dem TUS Nordhoff, bin da dann auch groß geworden, sag ich jetzt mal so, in dem Sinne als Trainer, habe dann meine Lizenzen gemacht und habe dann, als ich die A-Lizenz gemacht habe, bin ich dann zu Holstein-Kir gewechselt. Auch da war es so durch Vitamin B in dem A-Lizenzlehrer, war damals ein Mitarbeiter von Holstein-Kir, der gesagt hat, Mensch komm doch mal zum Vorstellungsgespräch, zu uns nach Kiel, so kam das dann zustande, habe dort viele Jahre die U17 gemacht in der Junioren-Bundesliga, sind ein Jahr leider abgestiegen in der Regionalliga, aber gleich wieder aufgestiegen, habe dann anderthalb Jahre die U19 gemacht bei Holstein-Kir und dann kam der Anruf aus Aue, ja und dann habe ich dieses Abenteuer 2. Bundesliga angenommen und bin gän Sachsen gewandert und habe dort in der 2. Bundesliga ein bisschen Profiluft geschnuppert. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast sämtliche Trainerlizenzen parallel zu deiner Trainertätigkeit erworben, bis hin dann zur höchsten deutschen Trainerlizenz, dem Fußballlehrer. Nimm uns doch mal ein bisschen mit zurück in diese Zeit, wie war das? Da warst du wahrscheinlich auch viel Zeit auf der Autobahn verbracht. Ja, man muss dazu sagen, am Anfang war das alles nebenberuflich, also ich habe tatsächlich meinen Urlaub geopfert, um die Lizenzen zu machen. Das waren dann immer so zwei bis drei Wochen Lehrgangszeit und da war es einfach so, dass ich dann wirklich meinen Jahresurlaub so gedreht habe, dass ich gesagt habe, okay, die 15 Tage, die 20 Tage benötige ich, um die nächste Lizenz zu machen. Was ich da nur sagen kann, was interessant war, dass man die Lizenzen nicht dort macht, wo man herkommt. Also ich hätte es auch in Malente machen können, also sprich in Schleswig-Holstein, aber ich habe es bewusst in anderen Bundesländern dann gemacht. Also die B-Lizenz oder die jetzige Jugend-Elite-Lizenz habe ich in Berlin gemacht, die A-Lizenz dann in Hemeneff, das war dann vom DFB-Seite vorgeschrieben, aber diese Kontakte, die man dort knüpft, die kann man super nutzen. So und im Fußballlehrer-Lehrgang war es einfach so, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich mit Domenico Tedesco auf einem Zimmer war und einfach wir uns super verstanden haben und einfach da eine Freundschaft entstanden ist über diese zehn, elf Monate hinaus. Die dir dann letzten Endes auf direkten oder indirekten Wege auch geholfen hat beim FC Aue vielleicht irgendwie ins Spiel zu kommen. Absolut, also durch Domenico bin ich zu Aue gekommen, der hat meinen Namen damit ins Rennen geworfen sozusagen und wenn dieser Kontakt nicht stattgefunden hätte, da muss man auch ehrlich sein, der wäre jetzt gelbiger Aue nicht auf meine Person in Kiel aufmerksam geworden. Wie würdest du deine Zeit in Aue rückblickend beurteilen? Was bringt dir das vielleicht auch jetzt wieder für die Arbeit mit einer mit einer Jugendmannschaft oder mit einer Schnittstelle zwischen Jugend- und Profibereichmannschaft? Also zum einen ist es so, dass ich für mich persönlich sehr viele Sachen gelernt habe. Also klar, die Medienarbeit war sehr, sehr interessant. Einfach in so einem Job als Zweitligertrainer immer mit den Interviews vor dem Spiel, nach dem Spiel, die verschiedenen Pressekonferenzen habe ich sehr viel für mich gelernt, muss ich sagen. Dann ist aber auch so, dass ich Inhalte noch mal gezielter, so taktische Sachen mehr ins Auge gefasst habe, mich mehr im Punkto Videoanalysen beschäftigt habe in Aue. Und für mich persönlich war das einfach eine Riesenerfahrung, die ich dort sammeln durfte und konnte. Und die kann ich jetzt gut für eine U21 nutzen, weil ich genau weiß, was den Jungs fehlt oder was sie noch brauchen, um oben ranzuklopfen oder was sie auch wirklich konstant abrufen müssen, damit es für oben reicht. Du hast dich dann, nachdem deine Zeit in Aue vorbei war, bewusst auch dafür entschieden, ein bisschen Abstand zur Trainertätigkeit im Profifußball zu gewinnen. Hast die Zeit aber genutzt, um ganz viele andere Sachen zu machen. Du hast mal erzählt, dass du unter anderem beim THW Kiel hospitiert hast. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie kam es dazu, wie bist du überhaupt darauf gekommen und inwiefern bringt auch das dich jetzt zurück im Fußball wieder weiter? Also ich hatte damals, wie gesagt, die U17 bei Holstein Kiel trainiert und der Philipp Menzel ist der Torwart vom aktuellen VfL Wolfsburg und der Vater ist der ehemalige Spieler beim THW Kiel und der ist Betreuer. Und so kam der Kontakt mal zustande. Ich war vor gut drei, vier Jahren schon mal beim THW, hab da hospitiert. Da war es aber gerade so Champions League, da war viel Action beim THW Kiel und da war auch wenig Zeit, um dann den Hospitanten irgendwie mit beilaufen lassen zu können. Und jetzt war es so in der freien Zeit, hab ich nochmal angefragt und ich muss sagen, die Handballer waren sehr, sehr offen, haben den Fußball da gut aufgenommen, um das mal so auszudrücken, da kleine Anekdote. Also ich weiß gar nicht, welcher Spieler hat mir einen Ball zugeworfen und an diesem Ball ist ja unheimlich viel Bachse und der Fußballer, denkt, er kann mal locker mit diesem Ball dribbeln und weil der halt so voller Bachse war, ist da meine Hand hängen geblieben und ist dann auf meinen Fuß gefallen und lief dann durch die Halle und dann war natürlich großes Gelächter dort in der Halle, weil es natürlich sehr peinlich aussah. Aber dieser Ball ist wirklich unfassbar voller Wachs oder was die da ranschmieren. Also von daher kann ich nur sagen, ich habe da gelernt, wie auch Profis total bodenständig sein können. In der Fußballwelt ist es ja manchmal schon nochmal ein bisschen anders, auch wenn ich aus der Fußballwelt komme. Die sind halt sehr offen, sehr freundlich, sehr höflich und die Bedingungen, ich meine, jetzt sind sie neu in ihr Trinkzentrum und umgezogen nach Altenholz, aber zu dem Zeitpunkt haben sie es in der Grundschule gemacht. Das heißt, sie mussten mal gucken, wann ist Unterricht, wann können wir die Sporthalle nutzen und dann haben sie noch in so einer umgebauten Tennishalle trainiert. Also das ist einer der besten Handballclubs der Welt. Also das ist schon faszinierend, wie sie dann das nutzen oder dieses Potenzial trotzdem ausschöpfen. Persönlich sage ich, war der Austausch mit Alfred Gislason und mit Philipp Jicher, der damals Co-Trainer, war total interessant, wie die so ihre Sichtweisen sehen, was sie wann trainieren. Das hat nochmal so ein bisschen Input gegeben. Klar kann man Sachen nicht eins zu eins jetzt auf den Fußball überbetragen, aber trotzdem war es für mich total interessant dabei sein zu dürfen und da mal so, ich glaube, es waren anderthalb Wochen mit zu erleben, wie das so läuft bei den Handballern. Also kann ich jetzt auch nochmal sagen, vielen Dank an den THWK, dass ich da mal reinschnuppern durfte. Irgendwann hat dann der HSV bei dir angeklopft. Was hat für dich den Ausschlag gegeben zu sagen, ja, Hamburg, HSV U21, da habe ich Bock drauf? Ja, es sind so zwei, drei Sachen, die ich immer wieder gesagt habe. Zum einen finde ich einfach, dass der HSV eine unglaubliche Strahlkraft hat. Und wenn man mal so auf die Fußballplätze Schleswig-Holstein guckt, wie viele Kinder laufen im HSV-Trikot, Bayern-Trikot, ich glaube, da ist die Überzahl schon HSV-Trikot. Und wenn man so guckt, was in den Medien immer ist, wie oft der HSV präsent ist, leider in den letzten Jahren nicht immer unbedingt positiv, ja. Nichtsdestotrotz hat einfach dieser Verein eine Riesenstrahlkraft. Und darüber hinaus ist es auch eine regionale Geschichte gewesen. Also ich bin näher an der Familie dran, was sicherlich auch nochmal ein Punkt war, der da mit reingespielt hat. Und dann sage ich halt, diese Aufgabe ist halt interessant. So diese Schnittstelle zu den Profis trainieren zu dürfen, zu wissen, okay, das und das muss ich den Jungs beibringen, den Austausch mit den Profitrainern zu haben. Also das war für mich so die drei, vier ausschlaggebenden Punkte, wo ich sage, okay, das war jetzt interessant für mich, diese Aufgabe beim HSV anzunehmen, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, die U21 ist die Schnittstelle zwischen dem Jugendbereich und auch der Lizenzmannschaft, der Profimannschaft. Immer wieder kommen auch Spieler runter zu euch, die vielleicht am Spieltag den Sprung in den Profikaler nicht geschafft haben. Ist das für dich Reiz und Herausforderung zugleich? Ich glaube, das hast du schon gut beschrieben. Das ist definitiv ein Reiz, Spieler, die von oben kommen, auch weiterzuentwickeln in den Spielen, auch in unser Spiel einzubinden. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, weil wir nicht viel Zeit meistens mit den Spielern haben. Also vielleicht mal ein Abschlusstraining, um dann nochmal den letzten Input auch den Spielern von oben zu geben. Manchmal kommen sie auch direkt zum Spiel, sodass ich das sage, das ist sicherlich schon eine Herausforderung. Ich muss aber bis jetzt sagen, toi, 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 ich hoffe, das bleibt so, dass die Spieler, die von oben gekommen sind, das bis jetzt sehr, sehr gut gemacht haben. Also von der Einstellung, von der Integration in der Mannschaft, das haben sie wirklich gut gemacht. Du hast den Fußball, den du spielen lassen willst, mal mit dem Slogan, mutig zocken, umschrieben. Was meinst du damit konkret? Ja, also ich glaube, wer jetzt ein paar Spiele von uns gesehen hat, weiß schon, was ich da so meine, in Worte zu fassen. Also wir wollen halt wirklich viel versuchen, flach zu lösen, also wenig lange Bälle zu spielen. Wir wollen auch Risiko im Spielaufbau haben, wohl wissen, dass die Spieler da auch Fehler machen und es mal brenzlig werden könnte. Aber bis jetzt, muss ich sagen, machen die Jungs das sehr, sehr gut. Sie nehmen das sehr gut an und die Art und Weise macht halt Spaß, was die Jungs da zeigen. Auch wenn manchmal da Situationen sind, wo man denkt, ui, den spielt der jetzt da schon wirklich mutig rein. Aber ich sage als Trainer, wenn ich es fordere, dann muss ich auch damit rechnen, dass vielleicht mal ein, zwei Sachen vielleicht nicht so gelingen können. Heute durften wir uns das Ganze mal selber angucken, wie du deine Spielidee so auf den Platz bringst, durften beim Training dabei sein. Und die Eindrücke wollen wir euch jetzt einmal präsentieren. Voller Fokus auf die nächste Aufgabe. Bereits am Freitag trifft unsere U21 auswärts auf den direkten Tabellennachbarn Weiche Flensburg. Bis dahin will das Team von Neutrainer Hannes Drews im Training weiter die Abläufe optimieren. Neben Drews gibt es auch bei den Spielern einige neue Gesichter. Hardy Bukuso, Gentrit Limani, Patrice Kabuya und Keeper Joshua Weking kamen von anderen Vereinen zur U21. Tobias Fagerström, Kevin Haar, Ogeshika Heil und Lukas Pinkert rückten aus der eigenen U19 auf. Besonders Fagerström benötigte scheinbar kaum Eingewöhnungszeit. Der finnische Offensivspieler traf in vier Spielen fünfmal. Im Mittelfeld drehte bislang vor allem Sechser Maxi Geißel mit zwei Toren und zwei Vorlagen auf. Angeführt wird die junge Mannschaft weiterhin von Sebastian Haut, der schon seit vier Jahren für die U21 aktiv ist. Er bildet zumeist mit Hendrik Gieser ein erfahrenes Defensivgespann. In der Regionalliga Nord läuft es für die Drews Elf bislang gut. Nach vier Spieltagen ist das junge Team noch ungeschlagen. Auf zwei hohe Auftaktsiege folgten zwei Unentschieden. Besonders in Erinnerung dürfte dabei das 3 zu 3 gegen die U23 des VfL Wolfsburg bleiben. Bis 13 Minuten vor Schluss lag die U21 der Rothosen mit 1 zu 3 zurück. Dann traf Fagerström mit einem sehenswerten Fallrückzieher. In der Nachspielzeit erzielte der mit aufgerückte Torwart Weking per Kopf noch den Ausgleich. Nach dem 1 zu 1 gegen HSC Hannover soll nun in Flensburg wieder ein Dreier her. Hannes, die Saison ist jetzt schon vier Spieltage für euch alt. Ihr habt zweimal Unentschieden gespielt, zweimal gewonnen, 15 Tore in den ersten Spielen geschossen. Wie fällt so dein erstes Zwischenfazit zu diesem Zeitpunkt der Saison aus? Ja, Zwischenfazit nach vier Spieltagen ist natürlich schon relativ früh. Ein Zwischenfazit zu sagen, also ich habe immer gesagt, ab Spieltag sechs kann man so ein bisschen mehr beurteilen. Ich sage aber nach den ersten vier Spielen mich zufrieden, dass wir ungeschlagen sind. Das ist, glaube ich, für eine sehr junge Mannschaft schon außergewöhnlich. Dann hat mich natürlich beeindruckt, wie die ersten beiden Spiele angegangen sind gegen Haider SV und gegen Holstein Kiel. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also nicht nur, dass wir gewonnen haben, sondern die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Aber natürlich bleibt im Kopf am meisten hängen, das muss ich einfach sagen. Das 3-3 in Wolfsburg, wo man 3-1 zurückliegt, das 3-2 in Feilrückziehertor ist. Ihr das 3-3 dann durch einen Torwart-Tor machen nach einer Ecke, das bleibt natürlich so im Kopf drin. Und da sage ich halt, das ist sensationell, wie die Mannschaft auch zurückgekehrt ist. Eine kleine Delle, um es mal als kleine Delle zu sagen, ist halt so das 1 gegen 1 gegen Hannover, wo ich sage, das Spiel müssen wir gewinnen mit dem Anspruch, den wir haben. Und ich habe meinen Jungs halt immer gesagt, wir haben selber eine Messlatte jetzt zu uns hingelegt mit den ersten Spielen. Und an dieser Messlatte werde ich sie auch immer wieder messen. Und von daher hoffe ich, dass wir diese Messlatte weiter hochhalten können und dass sie einfach diese Leistung der ersten Spiele konstant abholen können. Beim 1 zu 1, du hast es gerade angesprochen, gegen den HSC aus Hannover, hat man schon auch gesehen, dass die Mannschaft ein paar Probleme hat, wenn der Gegner vielleicht eher über das Körperliche kommt, physisch stark agiert, taktisch clever agiert. Ist das noch so etwas, wo du glaubst, da muss dein Team verstärkt dran arbeiten? Also ich glaube, das ist generell ein Prozess von allen U21, U23 Mannschaften in der Regionalliga, dieses Thema Körperlichkeit. Also die meisten kommen aus der A-Jugend, haben vielleicht jetzt das zweite Jahr im Herrenbereich. Und das ist einfach normal, wenn ich dann gegen einen 32-Jährigen spiele, der hat schon ein paar Spiele auf dem Buckel, der weiß einfach, was ich abgezockt machen muss. Also von daher ist das auch so ein Lerneffekt, den die Jungs haben müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das nach und nach reinkriegen werden. Aber du hast absolut recht, das war in dem Spiel gegen Hannover schon auffällig, dass die Spieler vom HSC einfach so ein bisschen abgezockter waren in den Zweikämpfen, sich mal fallen haben lassen, wenn es vermeintlich so ein leichter Freistoß oder leichte Berührung gab. Da sind unsere noch so ein bisschen grün hinter den Ohren, wie man so schön sagt. Wie gut ist das Team zusammengewachsen? Du hast gerade schon gesagt, es sind einige Jungs aus der A-Jugend hochgekommen, dazu vier externe Neuzugänge. Wie nimmst du die Mannschaft auch abseits des Platzes wahr? Ja, da muss ich einfach ein Riesenkompliment an meinen Mannschaftsrat machen mit Hendrik Giese, Kusi Quame, Sebastian Haut, Carlet Moosen und Maximilian Geissen, die als Mannschaftsrat da wirklich sehr, sehr gut fungieren in Form von, sie haben Mannschaftsabend organisiert, sie haben so einen Playstation-Abend organisiert. Die sind einfach sehr dran, dass es eine gute Integration der Neuen gibt, aber auch, dass man als Mannschaft zusammenwächst. Ich weiß aber auch, dass Siege oder positive Erlebnisse natürlich da auch mit reinspielen. Wenn wir vier Spiele verloren hätten, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders jetzt mit der Integration gewesen. Dann wäre vielleicht die Stimmung auch nicht ganz so gut gewesen. Nichtsdestotrotz sage ich halt, die Mannschaft ist gut zusammengewachsen. Ich finde auch, dass die Neuen gut aufgenommen worden sind von der Mannschaft und dass sie sich auch gut eingelebt haben. Also insbesondere jetzt in den letzten zwei, drei Wochen finde ich, dass wir als Team nochmal so zusammengewachsen sind. Klar, habe ich eben schon so ein bisschen gesagt, dieser Erfolg in Wolfsburg hat natürlich auch nochmal zusammengeschweißt. Also wenn man dann die Jubelbilder sieht, wo unsere Auswechselspieler 60-Meter-Sprint hinlegen, um da auf die Jubeltraube raufzuspringen, dann zeigt das einfach, was die Mannschaft für den Charakter hat. Bereits am Freitag steht das nächste Spiel an. Dann geht es für euch nach Flensburg. Ist jetzt das erste Abendspiel in der Saison. Nächste Woche Mittwoch geht es direkt weiter mit dem nächsten Abendspiel zu Hause gegen Reden. Ist das für euch eine Umstellung, weil der ganze Tagesablauf einfach ein anderer ist? Oder wie geht ihr mit dieser etwas veränderten Anschlusszeit um? Also ich glaube schon, dass es für den Organismus ein bisschen was anderes ist, wann ich Leistung bringen muss. Also muss ich um 13 Uhr spielen oder 18 Uhr. Dementsprechend werden wir in der Woche halt so trainieren, dass wir auch abends trainieren, um halt den Organismus dran zu gewöhnen, dass abends halt die Spitze an Belastung ist und nicht wie sonst um 11, 12 oder 13 Uhr. Das ist schon wichtig. Und mit Flensburg erwartet uns natürlich auch ein schöner Brocken. Also das ist eine absolute Top-Mannschaft. Auch wenn die Ergebnisse vielleicht jetzt in den ersten Spielen nicht so da waren, erwartet uns dann ein richtig schweres Spiel. Und von da müssen wir schon alles abrufen und da richtig Gas geben. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung haben. Also auch bevor wir nach Flensburg waren, werden wir morgens noch so ein bisschen anschwitzen, damit einfach dieser Fokus auf das Spiel auch hoch ist, aber auch wir körperlich bestmöglich vorbereitet sind. Gut vorbereitet sein ist ein gutes Stichwort. Die Taktung erhöht sich jetzt ja in der nächsten Woche ein bisschen. Ihr habt innerhalb von zehn Tagen drei Spiele. Wie beeinflusst das deine Trainingsgestaltung oder nimmt das gar nicht den großen Einfluss? Doch, doch. Also wir haben die letzte Woche eine normale Woche, sag ich jetzt mal, noch mal gehabt, bevor jetzt diese englische Woche beginnt, mit dem Freitagabendspiel in Flensburg. Und da haben wir noch mal richtig Gas gegeben, um halt auch gut gewappnet zu sein für die nächsten Wochen. Das heißt, von der Trainingssteuerung werden wir schon ein bisschen runterfahren. Ich nenne es immer so, wir werden nur vereinzelt Spitzen setzen. Also nicht so häufig Spitzen setzen, sondern vereinzelt, sodass wir auch die hohe Intensität trotzdem mit in das Spiel nehmen können. Aber in so einer kurzen Woche geht es einfach darum, taktisch uns bestmöglich auf den Gegner einzustellen. Natürlich auch körperlich fit zu sein, aber da müssen wir aufpassen, dass wir gut regenerieren, dass wir wieder gute Spritzigkeit in die Beine bekommen, um dann das nächste Spiel angehen zu können. Insbesondere jetzt am Freitag in Flensburg. Was erwartest du? Du hast gerade schon angesprochen, der Gegner hat vielleicht die letzten Ergebnisse nicht so eingefahren, wie es die Qualität des Kaders zulässt? Ja, also ich habe mir ein Spiel, das Eröffnungsspiel der Regionalliga angeguckt, da haben sie gegen Wolfsburg gespielt. Das war schon wirklich ein Spiel auf allerhöchstem Regionalliga-Niveau, was die Intensität betrifft, was Zweikampfverhalten betrifft, was so diese Galligkeit betrifft. Das muss man sagen, das war schon ein interessantes Spiel als neutraler Beobachter. Für mich ist es halt wichtig, dass wir wissen, gegen was für eine Mannschaft wir spielen. Das ist wirklich eine Mannschaft, die hat vor zwei Jahren um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt, hat dort, glaube ich, eine Relation gegen Cottbus verloren. Von daher muss ich sagen, da erwartet uns eine Spitzenmannschaft. Also die ist vielleicht aktuell jetzt nicht auf dem Tabellenplatz, wo sie vielleicht hinwollen oder hingehören, aber da müssen wir schon wirklich alles investieren. Also da geht es natürlich klar, fußballerische, taktische Elemente drin zu haben, aber ich glaube, das größte, den größten Brocken, den wir haben müssen, das ist einfach die Intensität und diese Mentalität, Leidenschaft, weil, wenn ich mir die Spiele anschaue, das haben die schon sehr auffällig gut gemacht. Also genau das, was gegen Hannover vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gefehlt hat, noch mal intensiver abrufen. So sieht es aus. Also genau das hat uns gegen Hannover so ein bisschen gefehlt. Das haben sie uns vorgemacht, wie man so schön sagt. Das haben sie uns wirklich vorgelebt. Und da müssen wir anknüpfen und das habe ich in der Besprechung jetzt nach dem Spiel auch gesagt. Das war das erste richtige Regionalligaspiel in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht disputierlich gegenüber Kiel, Wolfsburg und Heide gemeint, aber zweimal U-Mannschaft und Heide als neuer Aufsteiger im ersten Spiel ist halt noch mal was anderes als so eine Herrenmannschaft ab Spieltag 4-5, wo es dann richtig zur Sache geht. Und da müssen sich meine Jungs jetzt diese Woche darauf einstellen, in dieser kurzen Woche. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass alle wissen, was uns da am Freitag erwartet. Abschließend, ein Tipp? Ergebnismäßig? Ja, also wäre ein schlechter Trainer, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir nicht gewinnen. Also wir fahren natürlich mit der totalen Überzeugung dahinter, dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen ungeschlagen bleiben. Und ich glaube, wenn wir an den richtigen Stellschrauben drehen, ist da was möglich. Wir müssen halt ein bisschen die Intensität annehmen, müssen aber auch wissen, wir wollen fußballerisch überzeugen. Und dann wird es hoffentlich ein gutes Spiel. Mit hoffentlich dem besseren Ende dann für uns. Und nochmal, wenn die Jungs das hinkriegen, diese Mischung zwischen fußballerischer Qualität und dieser Mentalität, wenn sie es hinbekommen, dann gewinnen wir das Spiel. Wenn wir es nicht hinbekommen, wird es schwierig, da was mitzunehmen. Aber ich bin eigentlich aufgrund der ersten Gespräche, Einheiten, sehr zuversichtlich, dass wir es gut lösen können dort. Wir drücken alle Daumen, die wir haben. Wir wünschen euch viel Erfolg. Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Wir genießen jetzt noch ein bisschen unser Abendbrot und euch allen da draußen großes Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.